15 Fragen an Luxuslärm. Frage 1. Welches Lied habt ihr zuletzt lauthals mitgegrölt? Take On Me von R.H. Wann hast du zuletzt gelogen? Vor zwei Sekunden. Fahrrad oder Ferrari? Ferrari. Auf jeden Fall den Mont Ventoux im Fahrrad Provence. Sex mit der Ex oder dem Ex? Wenn dann mit der Ex. Haben wir die Wahl? Vinyl oder MP3? Vinyl. Wofür lohnt es sich zu kämpfen? Essen. Liebe. Stimmt. Catering ums Essen. Was macht eine Frau oder eben ein Mann schön? Schminke. Die inneren Werte. Und das war nicht gelogen. Ich liebe unseren Tourbus, weil... Was dort so gut riecht. Am Anfang. Genau. Am ersten Tag bevor die Band den betritt. Welche Platte habt ihr euch zuletzt gekauft? Emily Sandé. Was hab ich gekauft? Tennis ist die. Die neue. Aha. Was macht ihr, wenn viele im Publikum reden? Dann hören wir auf zu spielen. Unser Micha dreht lauter. Genau. Da kommt keiner zu. Was ist euer absolutes No-Go? Pelz tragen. Ich muss weinen, wenn... Mich etwas sehr berührt. Welchen Facebook-Status bereust du? Kein. Ich hatte nie einen Status. Facebook? Weder auf Facebook sonst noch wo. Küssen beim ersten Date? Nö. Kommt drauf an, worauf man hinaus will, oder? Ja. Nur küssen. Kinder, macht das jetzt bitte nicht nach. Wrestling. City! Nichts проверkisch! Snyk. aid bedankt! Das Ding! Radio, Fernseh und Internet! Bis zum nächsten Mal.